Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mafia 3. Nach einer längeren Pause ist es nun endlich mal wieder machbar für mich, hier ein bisschen weiter zu spielen. Ja, wer es verfolgt hat, hat sicherlich mitgekriegt, dass in der letzten Runde hier Enzo Conti gerettet wurde im Endeffekt vor seinen eigenen Leuten und ich ihn in Sicherheit gebracht habe. Das nächste ist dann auch, dass neue Informationen aufgetaucht sind zu Frisco Fields, dass hier ein PCB-Lapor existiert und die Saturn Union hier am Drücker ist. Und dass es sich hier im weiteren Verlauf der Geschichte um, wie heißt er, Remy Duvall dreht und so weiter und so weiter. Aber das möchte ich mir gerne noch ein bisschen aufheben, da ich hier noch die Punkte Innenstadt und Tickvorhaber offen habe. Und aus meiner letzten Runde weiß ich, dass Frisco Fields hier nicht unbedingt ein einfaches Gebiet war. Ja, von daher ziehe ich es im Moment vor, mich um die Innenstadt zu kümmern. Ist auch ein spannendes Gebiet und ein spannendes Thema und wir haben ja noch einiges vor, von daher gehen wir es einfach Schritt für Schritt an. Ich wünsche euch einfach mal viel Spaß beim Zuschauen und beim Verfolgen der Geschichte. Ich kann euch jedenfalls versprechen, dass es einfach insgesamt spannend weitergeht. Ja, man kann dem Spiel durchaus vorwerfen, dass die Missionen sich durchaus wiederholen und trotzdem aufgrund der Settings und der ganzen Geschichte überhaupt Hilfe. Bleibt es einfach spannend und macht einfach Spaß und ich bin hier gleich mal falsch abgebogen. Wo wollen die mich denn jetzt hier lang schicken? Ach, hier hoch. Ja, wie gesagt, bleibt einfach dran. Ich freue mich, wenn ihr mir die Stange haltet. Das kann man jetzt auch wieder falsch verstehen. Na toll. Aber, ja gut. Ich wollte eigentlich sagen, ich freue mich, wenn ihr natürlich dran bleibt und das weitere Spielgeschehen mit mir verfolgt. Und vielleicht auch mal den einen oder anderen Kommentar hier hinterlasst. Ansonsten wünsche ich euch einfach eine gute Zeit und haltet die Ohren steif. Bis dann. Lasst euch einfach mal überraschen, was hier noch passiert. Lasst euch ganz schön! Lasst euch einfach mal überraschen. Der britische Kommune Harold Wilson versprach eine Untersuchung des Blutverwiesens am letzten Wochenende in Nordrheinland, bei denen 90 Menschen verletzt wurden. Beim Durchbrechen einer Straßenbarrikade aus Holz und Ruhfässern waren Polizeifahrzeuge mit Benzinbonden attackiert worden. In dieser Gegend hier hat ein gewisser Tony DeRazio das Sagen. Nach allem, was ich gehört habe, ist der Typ völlig durchgeknallt. Aber ein echter Crack im Umgang mit Zahlen. Dann kümmert er sich wahrscheinlich um Lou Macanus Bücher. Er führt seine Bücher, betreibt Geldwäsche und er managt sogar Louis' Beziehungen zu Lokalpolitikern. Tony schmiert sie kräftig und hält sie so bei Laune. Wie komm ich an ihn ran? Tja, genau da wird's interessant. Tony hat eine Penthouse-Wohnung im obersten Stock des Royal Hotel. Der Aufzug ist codegesichert und Tonys Leute sind überall im Hotel. Er wird ja auch irgendwann mal das Haus verlassen. Ich muss wissen, wann er kommt und wann er geht. Ich beobachte den Schwanzlutscher seit einem Monat und bis jetzt ist er erst einmal rausgekommen. Und nur weil einer seiner Jungs Mist gebaut hat. Er hat ihm dafür mit einem Rohr den linken Arm gebrochen. Er hat offenbar eine Tarnfirma, über die er Schmiergelder und Geldfäsche abwickelt. Und eine andere, die Gelder von der Stadt kassiert. Da greife ich an. Und wenn er dann nervös wird, kriege ich meine Chance. Und ruinierst gleichzeitig sein Verhältnis zu Luke. Aber pass auf, ja? Obwohl Tony ein dämlicher Spinner ist, schneidet er dir die Eier ab, wenn du ihm die Möglichkeit dazu gibst. Echt jetzt? Ich hab sogar ein Abo. Was gibt's da zu glotzen? Okay, dann würde ich vorschlagen, wir machen uns einfach mal auf die Socken zu unseren nächsten... Hoppla! Zu unseren nächsten Ansprechpartnern wollte ich eigentlich sagen, aber da liegt was. Okay, was kommt jetzt? Lieutenant Tony Derrazio. Unter Tony Derrazio läuft die Innenstadt wie ein gut geölter Motor. Er gehört zu der Sorte Lieutenants, die selbst angesichts eines hitzigen Kapos wie Onkel Lou Makano die Ruhe bewahren können. Okay. Onkel Lou verlässt sich darauf, dass Tony sich um alle finanziellen Aspekte seiner Operationen kümmert. Wenn du Tony aus dem Weg räumst, entlarvt das Loos Schwächen. Das könnte spannend werden. Das ist ein, was ich. Ja! Schle掉t. Gerne. Das ist richtig. Du hast überhaupt noch einola Batonset in den Pocken. Du hast überhaupt schon 25 Euroごlasren. Ich habe 6 Euro, 5 Euro, 6 Euro, 3 D-Berts, Brummell. Oh Nöjo. Hi, Nöjo. Du bist von mir. Ich habe mir meinen рублей. Gott sei. So, hier, ich habe dich. Hohe, du... Ich bin. Sind Sie der Mann, den ich treffen soll? Ich habe gehört, Sie haben Informationen für mich. Lenny Davis, ich arbeite im Bauamt und Ihr Freund sagte, Sie könnten mir mit meinem Erpresser helfen. Was gibt es bei jemandem wie Ihnen denn zu erpressen? Mein Büro prüft neue Projekte. Ich... Ich habe Mist gebaut, meine Frau betrogen. Und dieser Jimmy Kavar hat es gefilmt. Stellte sich raus, dass das Mädel auch für Kavar arbeitet. Was will er von Ihnen? Er zwingt mich, fiktive Bauprojekte durchzuwinken und die Schecks für seine Firma einzulösen. Kavar Construction. Sie kennen den Namen sicher von Schildern an der Rathausbaustelle. Die Sache ist, er kommt eigentlich nur bei Problemen her. Was doch? Probleme machen das mein Spezialgebiet. Einige seiner Leute hängen in der Innenstadt rum. Ich bin kein schlechter Kerl. Hab bloß einen Fehler gemacht. Tauchen Sie unter, Lenny. Ich besuche Kavars Jungs. Da geht schon was. Kavars Leute wissen mehr, was er tut als ich. Okay. Kavar hortet Baumaterial, das mit städtischen Mitteln bezahlt worden ist, um es auf eigene Rechnung weiter zu verkaufen. Vernichte alle Vorräte, die du finden kannst. Okay. Der Text war schneller weg, als mir jetzt lieb war. Konnte ich jetzt gar nicht zu Ende lesen. Aber wir können ja mal in die Karte schauen, was sich hier so alles anbietet. Vor allem bieten sich hier etliche Abhörkästen an. Na, Eiderdaus. Das ist mal viel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Kästen in dem Viertel. Uiuiuiui. Das heißt, ich brauche 30 Sicherungen, nur um die Dinger da freizuschalten. Respekt. So, was haben wir jetzt hier? Befrage Kavars Vorarbeiter. Okay. Nachdem das eh gleich ums Eck ist, fangen wir damit auch einfach mal an. Tut mir leid. Gesehen hat er mich. Mal sehen, ob er auch direkt zu mir kommt. Ah, ja. Aber sie benutzen. Ich hab da drüben was gehört. Abgehen, Farbige haben hier nichts zu suchen. Das habt ihr doch auch gehört, oder? Hast du auf uns abgesehen? Ich geh in Deckung. Auf der Innenstadt kommen Meldungen rein. Liegen eines bewaffneten Schwab. Einheiten im Einsatzgebiet. Bitte bestätigen. Ach, die Scheiße. Hab ich mir gerade in die Hose gemacht? Er hat nicht genug gelitten. Ah, das geht doch gerade an. Mit äußerster Vorsicht näher. An alle Einheiten. Vorwärter ermittelt Unterstützung. An alle Einheiten im Einsatzgebiet. Wir haben ein Wettung, der liegt in der Innenstadt. Bitte überprüfen Sie. Wettung. An alle Einheiten im Einsatzgebiet. I can. I can. Seist hier kann ich nicht. Aber ich kann nicht. Dieses. Ich kann nicht. Alle weg hier! Okay, raus hier! An alle Einheiten, der Verdächtige führt jetzt zum Fahrzeug. Okay, jetzt bin ich echt gespannt, ob ich den Jungs irgendwie entkommen kann. Ich bin echt gespannt, ob ich den Jungs in 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 den Jungs. Ei, ei, ei. Ist ja mal heftig hier. Hallo, Leute! Kacke! Okay, dann muss ich mir jetzt einen anderen Weg suchen. Wird doch jetzt wohl möglich sein, denen hier zu entkommen. Ich bin doch wirklich deutlich schneller als ihr Jungs. Take your receipts over to Big Mouth for half off your first drink order. Achtung, an alle Einheiten. Der Dächtige befindet sich in Barclay, Mouth. Hier, okay. Super, das heißt, stopp. Jetzt reicht's. Nicht Überfallkommando. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Überfallkommando. Nehmen wir doch das mal zur Hilfe. Oh, haben sie mich doch noch erwischt. Kacke. Mano. Also wenn die einen mal auf dem Kicker haben, sind die echt hart. Gut. Die paar Kröten sind auch egal. Wie wär's, wenn du mir eine neue Schleude ins Harlow schicken würdest? Ich geh noch eben pissen, dann bring ich ihn raus zu dir. Es wird langsam eng. Kannst du mir Nachschub ins Delray Harlow schicken? Ich mach mich schon auf den Kick zu dir. Ich weiß, dass du schätzen. Brauchst du hier irgendwas? Okay, zeig, was du auf Lager hast. Ich hoffe, du bist zufrieden damit. Wir sehen uns. Okay, dann gehen wir den Spaß jetzt halt nochmal an. Wollte eigentlich mit dem... Wollte eigentlich mit Lenny Davis reden? Wo ist der andere Vorarbeiter? Also gut, dann halt dahin. Was soll's, das ist doch egal. Wir brauchen Hilfe! Es gab einen Anruf wegen einer Fahrerflucht im Harlow. Wenn sich jemand die Mühe machen will, kann er da vorbeischauen. Hm? Ja! Oh! 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 Ach! An alle Einheiten! Suche nach der vorherigen Bist-Eingestellen! Ich wiederhole! Versuche einstellen und drei Minuten fortsetzen. Achtung! Macht mir Angst, wie Tony dich ansieht. Als ob er direkt durch dich durchschaut. Aber er ist... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Scheiße, verletzt mich. Ich will nicht ignorieren. Hilf mir hier mal! Zurück an die Arbeit, Leute. Geh doch mal zurück und sie nacht. Verdammt! Okay. Suchen wir woanders weiter. Hier! Tut nicht weh! Nur ein leichtes Stecken! Ich hab ein Alligator, der liebt schwarzes Fleisch! Wirklich, ich bin schon zitiere Engel. Wirklich, wir bist beide. Keine Heinze. Ich kann mich nicht leicht sein. Jetzt bin ich zu. Und ich bin wahrscheinlich mit uns. Ich bin ja auch an. Nicht Nein, wenn ich... Ich bin jungen, ich bin ja auch ein wenig. Ich bin jungen Jungen, wir schwarzen dich. Ja. Das war es also. Ich bin jungen. Eindf晚, oder? Du kannst dich nicht vor der Polizei verstecken, Junge. Ich könnte eine Nachschublieferung in die Innenstadt gebrauchen. Bin gleich da. Alles, was du siehst, kannst du kaufen. Zeig mir mal, was du hast. Ich bin hier drin. Handelab, der Schlüssel. Bin jetzt weg. Du kannst erst mal hin, Junge. Nach was da los ist. Falsche Stelle. Vielleicht dort drin? Nichts mehr! Lauf! Lauf! Weg! Lauf! 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 Geht es mit mir! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Achso... Nee, das will ich mir eben aufheben. Ach, auch noch falsch abgebogen. Ach, auch noch falsch abgebogen. Oh... Shit. Auch der Schmerz noch. Ja, ja, ja. Ich bin ganz zum Helden, wenn ich dich umbiete. Ach, festgemacht! Hey, ich hab ihn! Verkastungen an alle Einheiten der Umgebung und Maßnahmen. Meldungen über einen täglichen Angriff im Einsatzgebiet. Der Verdächtige ist ein männlicher Farbiger. Ist doch scheiße! Äh... An alle Einheiten! Sichtkontakt zur Verdächtigung verloren! Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet! Ja... So, jetzt kommt's drauf an, ob ich's hinkrieg' oder nicht. Und hier verschwinden kann. Hier, sehen wir da drüben da. Mh... Er muss ja irgendwo stecken. Suchen wir einfach weiter. Wie geht's hier? So... Wie geht's hier? So... Okay, jetzt kann ich eigentlich bloß noch abwarten und hoffen, dass alles gut geht. An alle Einheiten! Verfolgung beenden! Suche abbrechen! Und Streifendienst wieder aufnehmen! Ich wiederhole! Verfolgung beenden! Suche abbrechen! Und Streifendienst wieder aufnehmen! Oh... Wer sagt's denn? Klappt doch! Muss ich mich bloß noch um ein neues Auto kümmern. Da, wo ich wollte, komme ich scheinbar nicht durch. Oder? Doch. Doch, es geht. Huch, und ich sollte mal die Waffe wegstecken. Wie bestellt? Das ist eine große Hilfe. A Hollywood-Celebrities corner, home away from home. The Royal Hotel. Where the views will take your breath away. Located in beautiful downtown New Bordeaux. Im englischen Birmingham wurde Mr. Norman Thorns gestern stolzer Vater von vier Mädchen und zwei Jungen. Die Sechslinge, die im siebten Monat geboren wurden, wiegen zwischen zwei und drei Pfund. Die Thornsbabys sind die ersten in England geborenen Sechslinge. In dem Schupfen soll das Ganze sein. Okay. Und das Sammelobjekt unter der Erde. Aha. Sehr interessant. Und wie komme ich da jetzt rein? Oh Leute. Gibt es hier keinen Eingang? Hallo Eingang? Zum Guckuck, wo komme ich denn jetzt hier rein? Wollt ihr mich verarschen? Äh. Wollt ihr mich verarschen? Äh. Ich weiß, was los ist. Ich zeig's euch gleich. Ich zeig's euch gleich. Ach so, zu früh abgebogen. Jetzt haben wir sie wieder gleich so. War doch nur ein leichter Stauber. Ich zeig's euch über die ganze Welt. Ich zeig's euch über die ganze Welt. Ich zeig's euch über die ganze Welt. Ja, das ist das prak. Und ich zeig's euch über die ganze Welt. Auch Zigarettenrauch kann einen umbringen. Also was ich weiß ist folgendes. Es gibt wohl bestechliche städtische Beamte. Pikante Sache. Im Mittelpunkt ist ein Bursche namens Frankie Bernard. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo er sitzt. Was es erschweren könnte, ihn zu finden. Tja, es ist so. Wie ich höre, benutzt Mr. Bernard tote Briefkästen. Orte, an denen seine Leute Schmiergeld für Beamte hinterlegen. Und zufällig weiß ich, wo die sind. Und außerdem hat Frankie einen hübschen Haufen Erpressungsmaterial von jedem dreckigen Geschäft, das er je gemacht hat, behalten. Mal gucken, ob einer der Kuriere mir verrät, wo ich ihren kleinen Erpresserfreund finde. Und natürlich sein Druckmaterial. Die Leute, die für Bernard arbeiten, sind genauso verschwiegen wie er selbst. Sie müssen sie irgendwie zum Reden bringen. Frankie bezahlt korrupte Politiker auf seiner Lohnliste über geheime Geldverstecke mit seinem Siegel drauf. Wenn du das siehst, ist das Geld ganz in der Nähe. Okay? Die Texteinblendungen sind etwas knapp gehalten. Irgendwie hat sich daran bis heute nicht viel geändert. Die Person von�igabinde lebt. Oh, Gott! Herr Sondor meinte, ich soll mich mailen. Ich könnte Hilfe bei den Telefon brauchen. Ich würde das gern für dich erledigen. Du bist tot und merkst es nicht! Hallo, ich bin Johnny Cash. Alles klar. Was ist das hier? Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Äh, bitte? Bin hier. Und irgendwas ist hier. Da ist auch noch was. Erpressung. Hier sind noch Kästen. Keine Sache. Aber ich sage dir, das Zeug, was ich hier habe, ist erstklassisch. Einen besseren Preis kriegt man den Ganzen. Und das ist auch noch was. I know I can't see you, but all people, we believe them, and that's what sort. Hey, er ist hier drüben. Ich bin den Wichser schon. Ihr und jetzt! Scheiße, ich stecke fest! Also hier muss man wirklich alles mitnehmen, was einem in irgendeiner Art und Weise übern Weg läuft und die Gegner platt machen. Komm, jetzt jammer hier nicht so rum. Schluss hier! Ich bin den Wichser! Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg zu diesem Erpresser, schauen mal was wir da noch mit rauskriegen können. Ähm? Das hört sich nicht gut an! Los, weg hier! Ein... Lauf weg! Oh, oh, oh! Du kommst mir gerade recht! Hä? Rutsch rüber, oder ich helfe nach. Verdammt, wer bist du? Womit verdient Bernard sein Geld? Erzhoff Teufel kommt dafür auf. Du willst es? Dann nimm es, verflucht doch mal! Ach, der Sack ist ausgestiegen. Bist'n du für'n Penner? Toller Mist. Also, nochmal zurück zu dem Dödl da. Also, nochmal zurück zu dem Dödl da. Scheiße! Sind alle bereit? Ich suche Deckung! Ich brauche Hilfe! What the fuck? No! Er gehört euch, Jungs! Du sagst mir jetzt alles, was du über Frankie benaht weißt. Mr. Bernard hat ein paar Eintreiber, die Verluste machen. Ich kenne nur die Art von Wagen, die sie fahren. Ich melde mich. Okay, das ist das eine. Und ist der andere jetzt auch noch aktiv, oder? Okay. Dann klappern wir das doch einfach mal der Reihe nach ab. Presser-Kurier 1 von 2, 1 von 2, 1 von 2. Also, es ist wohl wurscht, welchen ich nehme. Geringes Risiko. Na, geringes Risiko. Geringes Risiko. Am nächsten ist wohl der zu erreichen. Frankis Geldeintreiber übergeben Bargeld an korrupte Beamte. Folge ihnen zu dem Treffen, wo es bestimmt einen schönen fetten Haufen Bargeld zum Einkassieren gibt. Probieren wir das doch mal. Ob's klappt, werden wir sehen. So. Nebenan liegt noch mehr Geld. Wie soll ich da jetzt rankommen? Sehr interessant. Okay. Ach, Pfeif drauf. Wenn ich das richtig gesehen habe, vorhin... ...dann gibt's hier wieder Kickback abzuholen. 2.000. Hier 4. Hier oben 2.000. So. Das heißt, ich rufe jetzt einfach mal die KZ. Wie sollt ihr in der Innenstadt was von dem Geld loswerden? Bin gleich da. Kann ich dir vielleicht was abminken? Wehe, du verlierst das. Okay. Ich wäre dann soweit. Gut. Es ist wieder eine Stunde Spielzeit rum. So richtig viel habe ich jetzt nicht erreicht. Ihr habt aber auch gesehen, dass es nicht ganz einfach ist, hier in der Innenstadt klar zu kommen. Wenn einen die Cops ans Leder wollen, sind die gleich massiv unterwegs, um einen auch wirklich zu kriegen. Und die haben es heute gut geschafft. Von daher war das Ganze gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ja. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet ordentlich Spaß, hier mir zuzuschauen. Und ja, ihr wisst, Kommentare sind natürlich jederzeit willkommen. Auch sonst, wenn es euch keinen Spaß gemacht hat, unter Verbesserungswünsche da sind und und und, lasst es mich einfach wissen. Ich schaue, was ich machen kann. Ich kann oder möchte einfach an der Stelle nicht zu viel versprechen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich es wirklich lösen kann, umsetzen kann. Also, schauen wir einfach mal. Ähm, ansonsten, ja, wie gehabt, bei der nächsten Runde Mafia 3 verfolgen wir einfach die Story weiter, die Aufgaben weiter. Ich kann euch jedenfalls versprechen, so wie die Geschichte sich weiterentwickelt, wird es auf jeden Fall spannend bleiben. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dran bleibt. Also, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Servus. 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 Servus.